Was ist die Lehrveranstaltung in einem Ingenieurstudiengang? PEG ist eine sehr besondere Lehrveranstaltung in einem Ingenieurstudiengang, die vor allen Dingen an die Kreativität appelliert. Ein Einblick in die verschiedenen Berufsbilder des Bauingenieurwesens zu bekommen und das andere Element ist eben Projektarbeit kennenzulernen. Also wie findet so ein Arbeiten tatsächlich statt? PEG ist die Zusammenhänge zu erkennen im Bauprozess, in dem ja nun sehr viele Beteiligte mit sehr vielen Fachkenntnissen zusammenkommen. Also dieser Prozess, der hier im Mittelpunkt steht. Und in dem Prozess muss es natürlich neben den fachlichen Qualifikationen auch noch andere überfachliche Qualifikationen geben, wie zum Beispiel das Leiten einer Teamsitzung oder die Zusammenarbeit in der Gruppe, in der jeder seinen Stärken entsprechend etwas einbringt, vortragen, verteidigen der eigenen Position, aber eben auch nachgeben und akzeptieren, dass ein anderer Partner im Team eine bessere Idee hat. Wir bilden dort ein Projekt nach, direkt im ersten und zweiten Semester, wie es auch in der zukünftigen Praxis stattfinden könnte. Die Feedbacks, die wir aus den Ingenieurbüros und den sonstigen Firmen bekommen, ist überaus positiv. Sie zeigen, dass Studierende auch in den ersten und zweiten Semester durchaus in der Lage sind, sich mit Spezialthemen auseinanderzusetzen, Lösungen zu entwickeln und zu einem Gesamtergebnis zusammenzuführen. Vielen Dank. Vielen Dank.